Es lohnt sich nicht zuzuhören, weil spätere Kunst sicher besser sein wird. Bitte verlassen Sie den Saal. Ich hasse Atmosphäre. Schön, wenn ihr zuhört. Musik ist immer gut. Es ist etwas, ein Zeichen, wenn es etwas anderes gibt. Dass dieses Zeichen, und das Zeichen ist natürlich immer, ein physisches Ereignis. Dass dieses Zeichen in einer bestimmten Weise verwendet. Man weiß, dass es heute müssen, dass es ein bestimmtes Weiß und Charakterismen gibt. Und der, in der realen Wirklichkeit, ein anderes Ding verwenden muss, damit es das zweite Zeichen heißt. Dreckig. Ja, also ich weiß nicht. Dann meine Damen und Herren. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Musik muss zum Gegenstand bleiben. I'm sorry. Tillman. I'm afraid I can't do that. What's the problem? Spiek. 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 Musik Aber erst habe ich nur mit den Ölern experimentiert. um den wieder zum Leben erwachen zu lassen, muss bei der fertigen Montage natürlich auf typische Körperhaltung geachtet werden. Der Begriff Musik muss in den Ständigen am Akkolleigkeit Lachen zu der Belokation zu lassen. 80% können einfach nicht verblöde sein. Das sind ja nicht 36 Millionen Menschen, die können nicht verblöde sein. Außerdem, was bringen wir? Ja, wir bringen Schlager, Tagesschlager, Chansons, Wiener Lieder, Sons. Totale absolute Kunst! Ja, damit kann man doch menschlich verblöden, um Gottes Willen. Verblöden. Time, mein Mann. It's alive, it's alive, it's alive! Ja, mit dem Musik, was er sagt mir, heilig, heilig. Oh, ho, 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 ho! Das war's für heute. Ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Es ist für mich das allerletzte. Ich liebe es, wenn wir zwischen Körperhaltung geachtet werden. Du und deine Brüche, wir sind voll Lebensgemeinschaft der Zeichen. Unsere Zeit ist gekommen. Wir sind Virtualität. Wir sind, dass es nur möglich ist. Und die Möglichkeiten, die wir sind, realisieren. Zusammenarbeit mit anderen Möglichkeiten. Sei zu bedienen. Sei zu bedienen. Es ist ein Liebesch. Es ist ein Liebesch. Es ist ein Liebesch. Teil meiner Welt Hier ist keine dreieinhalb Wochen dauern Die Zeit ist doch gegenwärtig oder 200 Jahre diese Zeit diese Zeit diese Zeit denn wohin ihm dort kommt die Zeit an wohin ich mich bin die Zeit rast die Zeit rast die Zeit rast kann ich scheiß immer wie ein solcher Fehlhandstellung ich habe mich vergessen diese Reform zum Dasein das ist normal weil ich ja nur hören kann was ich gefunden habe wenn ich annehme dass die Zeit von allen Horizonten zu mir heranrückt um sich zu vergebenwärtigen dass deine Unterscheidung von Zuforschütigung reaktionär keinen Sinn hat denn wohin ich blicke dort kommt die Zeit an in welcher Richtung auch immer also wenn ich diesen von Zuforschützglauen aufgebe die der Historizität aufgebe dann liegt das Problem der Nähe ins Zentrum des Denkens Proxenium wird dann die der Disziplin des Denkens von Zuforschützglauen von Zuforschützglauen auf Zuforschützglauen